Mein Name ist Hamoudi und ich werde euch heute meine Geschichte erzählen. Ich möchte in das Jahr 2006 zurückgehen. Da fängt meine Geschichte an. Ich bin auf der Hauptschule. Ich bin in der sechsten Klasse. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was von meiner Schulzeit. Die Schulzeit, wenn ich heute darüber nachdenke, war eine richtig, richtig geile Zeit gewesen. Wirklich geile Zeit gewesen. In der Klasse viel Spaß gehabt. In den Pausen viel Spaß gehabt. Es gab ein, zwei Lehrer, mit denen man sich nicht verstanden hat auf Biegen und Brechen. Das ging einfach nicht. Da waren immer so ein, zwei Lehrer, mit denen man sich einfach nicht verstanden hat. Es gab ein paar Lehrer, mit denen man sich super verstanden hat. Und da war ein Lehrer. Ich wusste, er mag mich nicht. Er wusste auch, ich mag ihn nicht. Irgendwann habe ich mir überlegt, weißt du was, ich werde einfach nach seiner Pfeife tanzen. Mal gucken, vielleicht wird das Verhältnis besser. Ich weiß, er kann sowieso jetzt nichts fälschen oder so. Wenn ich eine gute Arbeit schreibe, schreibe ich eine gute Arbeit. Fertig. Aber er hat es trotzdem auf mich abgesehen. Er hat es trotzdem auf mich abgesehen. Er hat mir extra manchmal schwere Aufgaben gegeben. Schlechte Noten habe ich bekommen. Er hat meinen Vater angerufen. Er hat bei meinem Vater Druck gemacht. Er hat meinen Vater gesagt, dass ich mich nicht benehme. Er hat meinen Vater gesagt, dass ich nicht gut bin in der Schule. Und irgendwann ist mein Vater geplatzt. Mein Vater hat mich windelweich geschlagen zu Hause. Er hat mich windelweich geschlagen. Er hat gesagt, wenn ich noch einen Anruf von diesem Lehrer kriege, ich schwöre es dir, jedes Mal, jedes Mal kriegst du diese Schläge. Und ich denke mir, kannst du nicht mal inboxen? Habe ich mir so gedacht. Aber ich wusste, geht nicht. Ein paar Tage vergehen. Wir haben eine Arbeit geschrieben. Eine deutsche Arbeit. Bei einem anderen Lehrer. Und diese deutsche Arbeit, die war so einfach. Das war nicht normal. Die war unnormal einfach. Ich habe einfach eine Eins geschrieben. Ich habe einfach eine Eins geschrieben. Ich gehe nach Hause. Ich lege den Test zu vor meine Mutter. und sage, hier, guck mal, ich habe eine Eins geschrieben. Mein Vater guckt meine Mutter an und macht so. Nach dem Motto, siehst du, die Schläge hat was gebracht. Und ich denke mir so, das ist ein ganz anderes Fach. Das hat gar nichts mit dem anderen Fach zu tun. Er dachte wirklich, weil er mir letztens eine Lektion erteilt hat, dass ich mich jetzt in der Schule besser mache und mehr anstrenge und bessere Noten schreibe. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann Zeynep getroffen. Zeynep war in meiner Klasse. Wir sind übrigens beide Araber. Ich bin Araber, sie ist Araberin und eine sehr, sehr gute Schülerin. Immer gute Noten, immer organisiert, immer alles da, immer alles sauber und ordentlich. Und ich war so der Gangster in der Klasse. Ich war der Comedian in der Klasse. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie komischerweise, wenn ich keinen Bock hatte, musste ich auf Toilette. Ich habe meinen Lehrer, ich habe so meinen Finger gehoben, ich habe gesagt, kann ich kurz auf Toilette? Er sagt, ja, geh. Aber unterhalte dich nicht mit irgendjemandem auf dem Flur. Halt dich nirgendwo auf. Geh bitte direkt auf den direkten Wege zur Toilette und auch direkt wieder zurück. Ich sage, ja, kein Thema. Auf dem Weg zur Toilette denke ich mir, man muss ja nicht immer unbedingt Pipi machen auf Toilette. Vielleicht hat man ja auch ein großes Geschäft. Das dauert ja auch fünf, sechs Minuten. Ich habe in der Toilette ein bisschen gechillt, ein bisschen nachgedacht. Ich gucke auf Uhr, okay, gleich klingelt es in sieben Minuten. Ich warte jetzt noch drei Minuten, bis ich da hinlaufe, auch noch ein paar, so eine Minute. Und dann ist die Stunde endlich vorbei. Ich habe so keinen Bock auf dieses Thema. Wir haben Mathe und dann so mit diesem Geodreieck und Zirkel und 180 Grad. Wofür brauche ich das, habe ich mich immer wieder gefragt. Wofür? Ich weiß jetzt schon, ich werde in irgendeinem Dönerladen enden, in einer Pazaria enden, als Oberfahrer, Taxifahrer enden oder auf einer Baustelle enden, wo ich Hilfsarbeiten mache. Ich bin nicht das Schlauste in der Schule, ich werde sowieso nicht studieren. Ja, nee, was ist das mit diesem Geodreieck und Zirkel und 180 Grad und hier 60 Grad und hier ein Kreis und da ein Kreis. Gar keinen Bock darauf gehabt. Ich will einfach nur, dass die Stunde vorbei ist. Ich will einfach nur, dass der Tag vorbei ist, dass ich mit meinen Freunden wieder auf Achse bin. Wir gehen zum See oder wir gehen zum Freibad, haben den ganzen Tag Spaß, gehen am Ende noch ein Döner essen und fertig. Ja, und so vergingen dann ein, zwei Jahre und irgendwann kam Zeynep zu mir in der achten Klasse und sagt zu mir, Hamoudi, wir haben jetzt nur noch die achte Klasse und die neunte Klasse hier. Zehnte Klasse wirst du wahrscheinlich sowieso nicht machen wegen Realschulabschluss, willst du bestimmt nicht, wie ich dich kenne, aber bitte tu mir doch den Gefallen und mach was. Gib achte Klasse, neunte Klasse Gas. Stell dir mal vor, du bleibst in der achten Klasse sitzen, dann sind wir auch nicht mehr in einer Klasse. Und als sie das gesagt hat, hab ich mir gedacht, ich war sprachlos. Ich dachte mir nur, bin ich dir wichtig? Ich hab echt gedacht, ich bin dir wichtig? Du bist voll das liebe, süße, gebildete Mädchen und ich bin so voll der Assi in der Klasse und dir ist wichtig, dass du und ich in einer Klasse bleiben. Ich hab mich so ein kleines bisschen in sie in diesem Moment verliebt. Ich hab zu ihr gesagt, Seine, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht nebeneinander sitzen können, dann kannst du mir so ein bisschen helfen, das würde mich definitiv motivieren. Ich geh zu Herrn Böckmann, unserem Klassenlehrer, ich sag, Herr Böckmann, ist das okay, wenn ich neben Seine sitze? Er sagt, auf gar keinen Fall, damit du sie ablenkst? Nee, 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 nee. Geh sofort wieder auf deinen Platz. Ich so, geh auf deinen Platz, so können sie mit ihrem Hund reden, aber doch nicht mit mir. Er sagt, was soll ich denn sonst zu dir sagen? Ich hab gesagt, sagen sie das bisschen anders, das hört sich so an, als wenn man so zu seinem Hund sagt, geh auf deinen Platz. Er sagt, setz dich jetzt einfach hin, verdammte Scheiße. Setz dich jetzt einfach dahin, auf deinen Stuhl, bitte. Willst du das so? Ich hab gesagt, ja, hört sich schon besser an. Es war immer so Diskussion, ich war so richtig diskussionsgeil in der Klasse, auch mit den Lehrern, wenn ich wusste, ich werde gerade ungerecht behandelt, musste ich diskutieren und ich musste erklären, warum ich jetzt gerade ungerecht behandelt werde. Ich musste. Aber wir hatten ja keine Zeit für solche Diskussionen. Wir haben ja Unterricht. Ich bin auf meinen Platz gegangen, ich bin voll beleidigt, ich bin voll traurig, ich gucke Seine ab an, ich mache so Seine ab, was soll ich machen? Und sie sagt, alles gut, mach dir keinen Kopf, so nach dem Motto. Nach der Stunde, nach dem Unterricht, bin ich nochmal zu Herrn Bergmann gegangen, ich hab gesagt, Herr Bergmann, hören Sie mir zu. Ich bin jetzt in der achten Klasse. Ich hab nur noch dieses Jahr und nächstes Jahr auf dieser Schule. Seine ab ist eine vorbildliche Schülerin und ich würde gerne neben ihr sitzen, damit sie mich unterstützt, mir hilft, wenn ich etwas nicht verstehe. Er sagt, du kannst auch mich fragen. Ich hab gesagt, ja, aber das ist was anderes. Sie sind der Lehrer. Ich frage lieber sie, ob sie mir das erklären kann mit ihrer süßen, zierlichen, lieben Stimme, anstatt wenn ich sie frage. Er hat gesagt, ich geb dir zwei Tage zur Probe, du kannst neben ihr sitzen, wenn ich merke, du lenkst sie ab oder sonstiges, gehst du sofort wieder auf deinen Sitzplatz. Ich hab gesagt, Habibi, Herr Bergmann, geht klar. Ich saß neben ihr und da war so ein Typ auf unserer Schule, Andreas. Andreas war so einer, er war in der zehnten Klasse, ich war in der achten, wollte ich noch dazu sagen. Er hat immer auf dem Bauernhof gearbeitet, er hat so einem Bauern geholfen, die Arbeiten, die der Bauer nicht mehr machen konnte, hat er gemacht und er hatte solche Hände, ich schwör's euch und seine Hände waren richtig hart, so durch Hornhaut und so, durch diese Arbeit, die er da gemacht hat und er hat mich immer wieder provoziert, aber ich hab mich nicht drauf eingelassen, weil ich wusste, er zerfleischt mich, er wird mich zerstückeln. Keine Chance gegen ihn und irgendwie, weiß nicht, ich lauf auf den Schulhof und er rempelt mich so mit seiner Schulter an. Ich guck ihn an, er guckt mich an und ich guck zu meinen Kusis neben mir, das geht nicht, was er da gemacht hat. Ich wusste, ich werde gleich geballert, ich werde gleich auseinandergenommen, aber ich hab mit voller Wucht, bam, hab ich ihm ein Ding gegeben, Marco fällt hin, er liegt einfach auf Boden und er war schockiert. Er hat Sterne gesehen, das Ding hat so heftig gesessen, er war weg, aber ich wusste, sobald er aufsteht oder sobald er die Möglichkeit hat, er wird mich einfach nehmen, so auf seine Schulter, mich irgendwo hinbringen und mich einfach zusammenschlagen. Er war wirklich größer und stärker, ist einfach so. Aber trotzdem konnte ich das nicht einfach so über mich ergehen lassen, dass er mich anrempelt, so, ja nee, bin ich ein Mobbingopfer oder was ist los mit dir? Ich bin nicht einer, den du mobben kannst. Weißt du, lieber schlag mich, aber ich geb dir auch lieber ein paar Dinger, aber ich bin kein Mobbingopfer, Digga. Ja nee, soll ich jetzt noch Angst haben, jeden Tag zur Schule zu kommen oder was? Mit mir, Digga, mit mir funktioniert nicht. Auf jeden Fall, ich hab ihm ein Ding gegeben, er lag auf dem Boden, es hat in dem Moment geklingelt, ich bin einfach weggegangen. Aber ich wusste, es wird ein Nachspiel haben. Mein großer Bruder, ist einer, den man sehr, sehr respektiert bei uns. Jeder kennt einfach Ali. Jeder kennt Ali. Und ich hab bei mir, auf der Schule, hab ich einen, der heißt Mohammed. Ich kann nicht zu Ali gehen und sagen, komm zu mir zur Schule und klatsch mal diesen Typen. Das geht nicht. Kann ich nicht machen, weil er wird's auch nicht machen. Er ist schon, wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Er war locker, glaube ich, 18. 18. Und wir waren 15 oder so. Geht nicht. 14, 15. Was mach ich, was mach ich, was mach ich? Ich weiß, dass Mohammed, der bei mir auf der Schule ist, der ist auch in der 10. Klasse, ein Riesenfan von meinem großen Bruder Ali ist. Egal, was Ali zu ihm sagen würde, Mohammed wird's tun. Und bevor dieser Typ jetzt zu mir kommt, dieser andere, den ich geboxt habe und mich boxt, muss ich jetzt irgendwas machen. Bevor es jetzt zu einer Eskalation hier kommt und er mir die Fresse blutig schlägt, muss ich irgendwas tun. Was mach ich? Ich geh zu Ali. Sag Ali, ich muss mal kurz mit dir reden. Er sagt, was ist los? Hamoudi, ich hab zu ihm gesagt, Ali, ich hab ein bisschen, ich hab ein kleines Problem hier mit Don Juan und ich hab, das mein Bruder Ali gesagt und Ali hat gesagt, Mohammed ist doch bei dir auf der Schule. Das Ding ist, Ali weiß von nix. Mein Bruder Ali weiß von gar nichts. Mohammed sagt, ey, was hat Ali gesagt? Ich hab gesagt, Ali hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen und du sollst das regeln. Er sagt, wo ist dieser Typ? Ich hab gesagt, komm, wir gehen hin. Er geht hin, er guckt diesen Typen an und er sagt, du hast ein Problem mit Hamoudi? Er sagt, ja, und er bearbeitet ihn, er gibt ihn drei, vier Bomben. Der Typ fällt auf den Boden, Lehrer kommt, ganze Schulhof kommt, alle stehen bei denen im Kreis und alle gucken, was ist da passiert, Mohammed hat ihn geboxt. ich stehe auch da ganz vorne natürlich. Ich guck so die ganze Schule und ich hab gesagt, wer mich falsch anguckt, der wird dasselbe hier erleben. Die waren so richtig in unseren Gangsterfilmen. Digga, in der Schule. Heftig, Alter, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ne? Das ist heftig. so ein paar, die jetzt gerade hier zugucken und auch so in meinem Alter sind, 32, 33, 35, seid mir ehrlich, ne? Wenn man jetzt so zurückdenkt, waren einige schon von uns echt in ihrem Film, ne? Auf jeden Fall, Seineb kommt dann zu mir und sagt zu mir, Hamoudi, warum machst du das? Hör doch endlich auf damit. Bitte mach doch was aus deinem Leben. Sie hat mir so eine Predigt gehalten. Ich hab mich so in sie verliebt. Oh mein Gott, ich hab mich so in sie verliebt. Ich hab zu ihr gesagt, Seineb, ich baue nie wieder Scheiße. Ich baue nie wieder Scheiße. Ich werde mich in der Schule anstrengen. Ich werde der liebevollste Schüler sein, den du hier auf der Schule siehst. Bitte, lass uns diese Filme lassen mit Liebesbrief und Kreuz an, mit ja, nein, vielleicht möchtest du meine Freundin sein. Bitte, gib mir nur eine Chance. Sie hat gesagt, na, ich weiß nicht und so, ich schäme mich, ich bin voll schüchtern, hör auf damit, sag sowas nicht und so. Ende vom Lied war, ich hab sie geklärt natürlich. Wir waren zusammen und es war richtig schön. Wir haben auch zusammen in einem Block gewohnt. Ich hab im zweiten Stock gewohnt, sie hat im Erdgeschoss gewohnt. Ihre Eltern sind immer früh schlafen gegangen, beide hatten immer Frühschicht. Um 22 Uhr sind die schlafen gegangen. Und neben unserem Block gab es ein Kiosk. Ich bin immer um 22 Uhr zu diesem Kiosk gegangen, hab uns beiden eine Cola geholt. Ich bin zu ihrem Fenster gegangen, sie hat Fenster aufgemacht, wir haben unsere Cola getrunken, bisschen geplaudert. Ich hab so meine Hand so ein bisschen hoch gehalten, weil sie war ein bisschen höher, das Fenster. Ich hab mir meine Hand so hoch gehalten, wir haben Händchen gehalten. Es war richtig schön. Es war nichts im Weg. Sie hatte keinen Freund, ich hatte keine Freundin, wir waren zusammen. Sie Moslem, ich Moslem. Alles super. Und Schule war auch irgendwann vorbei. Wir waren auf Berufsschule, waren wir auch noch ein Jahr zusammen. Also auf derselben Schule. Nicht in derselben Klasse, aber selbe Schule. Auch in der Pause und so hab ich nicht mehr mit den Kusis gechillt. Nicht mehr so viel. Ich weiß, die waren sauer auf mich, die haben gesagt, guck mal, seit er eine Freundin hat, er hat sich verändert und was weiß ich und war mir scheißegal. Aber ihr wisst doch, wie das ist. Man hat eine Freundin, man ist verliebt, man meldet sich weniger, leider bei den Kusis und so. Weil wenn du dann immer weiterhin mit den Brees chillst, dann sagt sie, du hast keine Zeit für mich. Wenn du mit ihr chillst, sagen die, seit du eine Freundin hast, hast du dich verändert. Jeder sagt das. Ich weiß, einige von euch lachen wahrscheinlich gerade und ja, die zeigen gerade mit dem Finger auf ihren Kollegen und so, du bist ganz genau so, sagen die jetzt. Ich küsse eure Herzen. Aber jeder von uns kennt diese Situation. Auf jeden Fall, wir waren dann 17 und haben uns entschlossen, zu heiraten. Ich gehe zu meinen Eltern, sie geht zu ihren Eltern, am selben Tag, selbe Minute. Sie ist unten in der Wohnung, ich bin oben in der Wohnung. Ich wohne, wie gesagt, im zweiten Stock, sie wohnt im Erdgeschoss. Wir haben abgemacht, genau jetzt gehen wir zu unseren Eltern. Du gehst zu deiner Mutter und ich gehe zu meiner Mutter. Ich hätte es meinem Vater sagen können, aber sie kann ja nicht zu ihrem Vater gehen und sagen, ich habe einen Freund. Das ist sehr respektlos. Eib macht man nicht. Kann man sehen, wie man will. Es gibt einige, die sind cool mit ihren Töchtern, die sagen, sag lieber mir das, hab keine Geheimnisse vor mir und so. Ist auch natürlich nicht schlecht, aber in der Regel macht man das nicht. In der Regel kann die Tochter nicht zu ihrem Vater gehen und sagen, ich habe einen Freund. Bei uns in der Kultur ist das so. Auf jeden Fall, was dann passiert ist, damit habe ich null gerechnet. Wirklich null. Meine Mutter macht den Terror ihres Lebens. Ihre Mutter macht den Terror ihres Lebens. Warum, wieso, weshalb sie ist Schiiten und wir sind Sunniten. Ich habe gesagt, ja und? Moslem ist Moslem. Was für Schiite, Sunnite, was ist das? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich bin nicht so religiös und so. Ich sage, das geht nicht, machen wir nicht, das passt nicht, was weiß ich, die sind anders und keine Ahnung. Was geht denn jetzt ab, Auf einmal, es klingelt bei uns an der Tür. die Mutter kommt wie so ein Monster. Da redet man mit meiner Mutter auf Arabisch, sagt dein Sohn, er soll meine Tochter nie wieder angucken, nie wieder dies, nie wieder das, Kontaktverbot. Ihre Tochter kam auf einmal nicht mehr zur Schule. Die ist nicht mehr zur Schule gekommen. Zieht euch das mal rein. Ich habe sie draußen nicht mehr gesehen. Haus, er ist sein Vater. Das, die Sache ist eskaliert, eskaliert und ich kann ohne sie nicht. Ein paar Tage vergehen, ich laufe runter und kennt ihr diese ganz, ganz kleinen Steine, Kieselsteine? Ich habe davon eingenommen, so auf ihr Fenster geschmissen, dass man das nur leicht hört, das ist so ein ganz kleiner Stein. Fenster geht nicht auf, ich schmeiß noch rein, ich schmeiß noch rein, ich schmeiß ein bisschen doller. Irgendwann sehe ich, Gardine geht so auf, sie macht erst mal diese Jalousine hoch, diese Rollladen macht sie hoch, macht die Gardine weg, macht Fenster auf, guckt und sagt, komm her, komm her, schnell komm. Ich gehe zu ihr hin, ich sage, hey, was ist denn los, Mann? Sie sagt, meine Familie macht richtig Terror, die macht richtig kranken Terror, mein Vater hat meinen Cousin angerufen und alles mögliche, wenn du mich noch einmal anguckst, kommen die hier hin und so. Die reden darüber, dass ich dich nicht heiraten darf und was weiß ich, Sunniten, Schieten, verschiedene Paar Schuhe und keine Ahnung was. Ich habe gesagt, Mädchen, ich kann nicht ohne dich. Ich kriege gerade richtig Herzrasen und so. Jani, was ist das? Ich habe gesagt, ich kann dich nicht verlassen, geht nicht. Sie sagt, ich kann dich auch nicht verlassen, mein Leben. als sie das gesagt hat, das hat so weh getan. Was hast du gerade eben gesagt? Dann sagt sie zu mir, ich kann dich nicht verlassen, mein Leben. Ihr könnt euch dieses Gefühl nicht vorstellen. Ich habe mir an dem Tag hoch und heilig geschworen, auch wenn ich mit meinem Leben dafür bezahlen muss. Ich werde dich nicht verlassen, meine kleine süße Maus. Auf gar keinen Fall, egal was passiert, ich kann und werde dich nicht verlassen. Auf jeden Fall haben die mitbekommen, dass ich am Fenster chill. Es waren natürlich ein paar Nachbarn eingeweiht, die das Ganze beobachtet haben, beobachten sollten. Die sind dann zu ihren Eltern gegangen, haben gesagt, hier, Hamada war wieder da. Er war am Fenster. Die haben so getan, als hätte ich, was weiß ich, was mit ihr gemacht am Fenster. Wir haben uns nur unterhalten. Ab und zu haben wir eine Cola getrunken. Das war's. Und eines Tages, ich gehe runter, ich laufe zum Kiosk, ich gehe in den Kiosk rein, ich hole mir eine Capri-Sonne und einen Twix. Ich komme raus, auf einmal stehen da vier, fünf Leute. Die gucken mich an und gewaltbereit mit seinem Vater. Die sagen zu mir, was ist los? Du Chara. Lässt du sein, ich bin ruhig oder nein? Ich sage, nein. Und alle fünf, sechs Stück kommen auf mich rauf und bearbeiten mich. Ich stehe auf, ich schreie, die schreien, ich boxe den, der boxe mich, ich boxe den. Ich habe die Schläge meines Lebens gekriegt. Und dann sind die weggegangen. Ich gehe nach Hause, mein Vater ruft meine Cousins an, meine Onkels an, die kommen, wir rufen die runter, wir sagen, kommt runter, kommt raus, die kleinen Hunde. Seinab macht Fenster auf, sie weint, ich sage, Hamoudi bitte, nein, Hamoudi bitte, mach das nicht. Ich habe gesagt, geh rein, mach dein Fenster wieder zu. Ich habe sie richtig angeschrien. Die kommen raus, meine Familie, deren Familie, wir haben uns gefehlt, wir haben uns auseinander genommen, ihre Cousins, meine Cousins, ich, ihr Vater, mein Vater, die haben uns behandelt, als wären wir gottlose. Was ist los mit euch? Die ganze Sache ist eskaliert, kompletter Block, überall, komplette Straße, Blaulicht, Polizei, Geschreie, Frauen schreien rum, Kinder schreien rum, die Sache ist extrem, extrem, extrem eskaliert. Alle wurden auseinandergehalten, Lager hat sich irgendwann beruhigt und die sind dann reingegangen, wir sind reingegangen, Polizei hat alles aufgenommen, aber der Hamoudi konnte es nicht sein lassen. Ich liebe meine Zeynep und ich werde meine Zeynep nicht verlassen. Koste es, was es wolle. Ich gehe wieder an ihr Fenster, ich habe gesagt, Zeynep, hier ist deine Cola, mein Schatz. Wir haben zum Cola wieder getrunken. Wir haben uns beide gegenseitig angelächelt, wir haben auch nicht geredet. Man wusste ja nicht, die Wände haben Ohren, ihr wisst. Wir haben uns einfach nur angelächelt, haben unsere Cola getrunken, die Anwesenheit genossen und dann bin ich wieder gegangen. Natürlich auch sehr, sehr vorsichtig und auch wirklich zu Zeiten, die nicht mehr menschlich waren. es war nicht mehr so 10 Uhr abends, 22 Uhr, es war eher so 1, 2 Uhr nachts, wenn alle wirklich safe geschlafen haben, wirklich safe geschlafen haben. Und dann so ein paar Tage später, wo ich dachte, es ist eigentlich alles okay, keiner wittert was, wurde ich abends gepackt wieder, genau wieder beim Kiosk, ein Ding auf meinen Hinterkopf und ich wurde hinter die Wand gezerrt von drei Leuten. Einer zieht Messer und hält so an meinen Hals. Du kleiner Hund, haben wir dir nicht gesagt, du sollst ihn nicht in Ruhe lassen und holt aus und sticht einmal in meinen Bauch rein. Ich halte meinen Bauch fest, ich dachte, hat er das gerade wirklich gemacht, war das nur so aus Spaß und anstechen, so quasi einmal so in den Bauch, nicht rein, sondern nur so auf den Bauch oder war er jetzt drin? Ich konnte das nicht einschätzen. Ich halte das da so fest, ich sage, was hast du da gemacht? Du kleiner Hund, ich habe ihn von vorne bis hinten beleidigt, ich bin weggerannt. Ich bin nach Hause gerannt. Ich sage, mein Vater, die haben mich gerade gepackt und die haben irgendwie mit Messer gegen meinen Bauch geschlagen. Ich weiß nicht, was los ist. Meine Mutter zieht mein T-Shirt hoch, holt mein Unterhemd aus meiner Hose raus. Dieser Ibnil Kelb hat wirklich reingestochen. Nicht Gott sei Dank so tief. Ich bin direkt ins Krankenhaus gegangen. Die haben mich bearbeitet, die haben das zugenäht, alles mögliche und mein Vater hat Rache geschworen. Ich habe mir nur gedacht, warum macht ihr das, Alter? Warum macht ihr das? Ja, wenn ich wäre sie irgendwie von einer anderen Religion, hätte ich gesagt, Hammer, verstehe ich alles. Aber wir sind von derselben Religion. Auch wenn wir nicht von derselben Religion sind. An den Gott, an den du glaubst, an den glaube ich doch auch. In den Himmel, in den du kommst, in den komme ich auch. In den Boden, in den du beerdigt wirst, in den komme ich doch auch. Was ist denn los mit dir, Alter? An allererster Stelle sind wir doch Menschen. Wir sind doch Menschen. Es ist doch egal, welches Land, welche Religion, was weiß ich. Wir sind alles Menschen und wir glauben alle an diesen einen einzigen Gott. Meine Fresse nochmal. Was sind das hier für Filme? Auf jeden Fall ist die Sache wieder eskaliert. Wieder eskaliert. Die Sache zieht sich. Ein Jahr, zwei Jahre. Meine Mutter und mein Vater sagen zu mir, trenn dich doch von ihr. Es reicht doch. Hör doch endlich auf. Die haben dich fast umgebracht. Wir haben die fast umgebracht. Es reicht. Hör auf damit. Ich habe gesagt, Wallah, ich kann nicht. Geht nicht. Es geht nicht. Mein Vater gibt mir eine Backpfeife, ne? Mit so viel Schwung und mit so viel Power und so viel Motivation und Elan hat er mir noch nie eine gegeben. Er hat gesagt, du kannst dich aus meinem Haus verpissen. Verpiss dich aus meinem Haus. Mein Gott, Alter, gibt es keine anderen Frauen? Such dir irgendeine andere. Muss das unbedingt die sein oder was? Mit diesen ganzen Bällern oder was? Ich habe gesagt, genau die mit diesen Bällern will ich haben. Mein Vater guckt mich richtig verzweifelt an. Er hat gesagt, was soll ich machen? Sag mal, was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du bist zu stur. Du bist einfach zu stur. Aber was ist mit ihr los, mit dieser hässlichen, diesem Missgeburt? Und hat sie beleidigt? Warum trennt sie sich nicht von dir? Als er sie beleidigt hat, ich habe so einen Hass gegen meinen Vater gehabt in diesem Moment. Ich dachte mir, wie kannst du nur so über sie reden? Wie kannst du über diese Frau reden, die ich so sehr liebe? Wie kannst du nur, Alter? Ich war so verletzt. Ich war unnormal verletzt. Es kamen Morddrohungen von denen immer und immer wieder. Morddrohungen von uns. Irgendwann ist ein Onkel von ihr gekommen, hat bei uns geklopft. Mein Vater macht die Tür auf. Mein Vater sagt, Achui, hör mir zu. Er sagt, ich schwöre dir auf Koran, ich habe oft zu meinem Sohn gesagt, trenn dich von ihr. Ich habe es gemacht. Ich habe es oft gemacht, aber er macht es nicht. Wallah, ich weiß nicht mehr weiter. Ich komme bei diesem Jungen nicht durch. Redet ihr doch auch mit eurer Tochter. Gibt sie ihren Cousin, sie soll heiraten, damit er hier endlich Ruhe gibt. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Denkt nicht, ich und seine Mutter, wir reden ihn ein, trenn dich nicht von ihr und solche Sachen. Wallah, wir machen das nicht. Wir können nicht mehr. Macht mit uns, was ihr wollt. Was sollen wir machen? Onkel sagt, du bist ein Mann mit Ehre. Ich werde das gleich auch ihren Eltern sagen. Ich werde das ihren Cousins sagen. Aber, sollte euer Sohn irgendwas mit ihr machen, werden wir euren Sohn, ihr wisst, euch nicht. Ich glaube dir, aber ich schwöre, dein Sohn wird dran glauben. Definitiv. Mein Vater sagt, wenn mein Sohn wirklich so ein Ehrenloser ist, sein Kopf gehört euch und ich höre das. Ich höre das die ganze Zeit mit. Ich überlege die ganze Zeit, ich überlege die ganze Zeit, was mache ich? Ich lasse erstmal ein paar Tage vergehen, ich gehe nicht zum Fenster. Ich lasse eine Woche vergehen, zehn Tage vergehen, 15 Tage vergehen. Irgendwann klopfe ich an ihrem Fenster. Sie macht Fenster auf, sie sagt, hallo, mein Herz, mein Engel. Ich gucke sie an, ich habe gesagt, liebst du mich so sehr? Sie sagt, ich schwöre, ich kann nicht ohne dich. Ich verliere meinen Verstand, ich verliere meinen Kopf ohne dich. seit zwei Wochen schlafe ich jeden Tag mit Tränen in den Augen ein. Ich weiß nicht, warum man sich immer wieder mein Leben einmischt. Es ist doch mein Leben. Ich bin doch auf diese Welt gekommen, um ein glückliches Leben zu führen. Ein Leben so zu führen, wie ich es möchte. so zu führen, dass ich glücklich bin, zufrieden bin, glücklich irgendwann sterbe. Warum muss ich ein Leben führen, wie du es haben willst? Warum muss ich mich so verhalten, wie du es möchtest? Schreibe ich dir vor, wie du dich verhalten sollst, wie du leben sollst? Mische ich mich in dein Leben ein? Nein, weil es dein Leben ist. Und mein Leben ist mein Leben. Ich möchte doch einfach nur glücklich sein. Ich bin doch schon weinend auf die Welt gekommen. Soll ich auch noch mit Tränen in den Augen sterben? Nach diesen Worten habe ich mir gedacht, ich muss mir was einfallen lassen. Ich bin zu Gerd gegangen. Gerd ist ein Sozialpädagoge gewesen in der Schule, in der Berufsschule damals, der Schülern immer zugehört hat, wenn die Probleme hatten. Ich bin zu Gerd gegangen. Ich habe gesagt, Gerd, ich habe ein Problem. Ich habe eine Freundin, Zainab, vielleicht erinnerst du dich an sie. Er sagt, ja, natürlich. Ich habe ihm die Situation erklärt und Gerd war sofort bereit zu helfen. Er hat gesagt, pass auf, ich kann sie in ein Frauenhaus stecken. Ihr könnt abhauen. Ich gebe euch eine neue Identität. Ich kann das alles organisieren. Polizeischutz, alles mögliche. Er hat mir 100.000 Sachen gesagt. Ich habe gesagt, meine kleine Maus kommt bestimmt nicht in ein Frauenhaus. Das funktioniert nicht. das geht nicht. Irgendwann habe ich ein, zwei Sachen durchgezogen, weil ich Geld brauchte. Sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Es ging um 150.000 Euro. Bis heute weiß auch keiner, dass ich das war. Ich kann auch nicht sagen, was es war. Aber ich habe ein Ding gezogen. Ich habe 150.000 Euro gemacht. Ich habe Zainab genommen und wir sind nach Spanien gemeinsam abgehauen. natürlich war es nicht Spanien. Freunde, ich muss hier Spanien erwähnen. Es war natürlich ein anderes Land. Ich muss auch irgendwo die Anonymität in den Storys immer sichern. Das finde ich auch das Besondere an diesem Format. Du kannst deine Geschichte hier erzählen in anonymer Form, ohne vor der Kamera zu sein, ohne selber zu sprechen. und all diese ganz wichtigen Details wie Städte, Namen, Orte, Preise, Autos werden komplett geändert, sodass es auf jeden Fall anonym ist und bleibt, ohne dich natürlich auch strafbar zu machen. Ganz klar. Ja, wir sind nach Spanien abgehauen. Wir haben uns da was aufgebaut. Wir haben uns erstmal eine Mietwohnung besorgt. Ich habe mir einen Job gesucht. Sie hat sich einen Job gesucht. Irgendwann haben wir uns ein Haus gekauft. Wir haben geheiratet. Auch religiös natürlich. Wir sind da zu einem Hodja gegangen. Wir haben ihm die Situation erklärt. Wir haben geheiratet. Wir haben Kinder bekommen. Wir leben heute gemeinsam mit unseren zwei Kindern. Wir haben keinen Kontakt zu unseren Familien. Sie hat keinen Kontakt zu ihrer Familie. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie. Natürlich vermisse ich sehr meine Eltern. Sie vermisst auch ihre Eltern, ihre Geschwister. Ich meine Geschwister. Es hätte ganz anders kommen können. Es hätte nicht so kommen sollen. Nicht kommen müssen. Weil im Endeffekt, es geht auch nicht darum, ob jetzt sie und ich dieselbe Religion haben. Auch wenn wir beide nicht dieselbe Religion hätten. Mensch ist Mensch. Und wir leben vor allem hier in einem Land, wo wir alle miteinander klarkommen müssen. Wir haben keine andere Wahl. Es ist nicht wie in unseren Ländern, dass alle unsere Nachbarn Araber sind. Und alle unsere Nachbarn Moslem sind. Es ist nicht so. Ein Nachbar ist Moslem, der andere ist Christ, der andere ist Jude, der andere ist Jeside, der andere ist Buddhist, der andere ist dies. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir sind gezwungen, miteinander hier klar zu kommen. Ich liebe euch alle. Egal was für eine Religion du hast, der gerade hier zuguckt. Deswegen fragen sich auch immer wieder welche oder immer wieder schreiben auch in den Kommentaren immer dein Cousin und dein Cousine. Warum nenne ich euch dann alle Cousin und Cousine? Weil ich keine Unterschiede zwischen euch allen mache. Oder schreibe ich, oder sage ich hier meine christlichen Brüder oder meine muslimischen Brüder oder meine jesidischen Brüder oder Schwestern. Sage ich nicht. Ihr seid alles meine Cousis. Das war es mit der Story. Ich küsse doch eure Fingernägel. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Folgt mir um ein Bramilio. Lasst Liebe in den Kommentaren da. Respektiert euch. Akzeptiert euch. Im Endeffekt, wir glauben alle an denselben Gott. Und Liebe kennt keine Religion und keine Herkunft. Und ein Mensch kann auch nichts für Gefühle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich liebe euch, wie gesagt, alle. Egal woher ihr kommt und welche Religion ihr habt. Ich bin übrigens ein Saiyajin. Das sage ich auch immer wieder in TikTok, in meinen Livestreams. Die Mutter von Son Goku und meine Mutter sind Schwestern. Ich küsse eure Herzen und euer Sai Ibrahim. Bis zum nächsten Mal.